Hallo, ich bin David Picklor, ich bin Bauleiter bei der Firma Steffen Holzbau. Wir befinden uns hier am Flughafen in Luxemburg. Hier entsteht in den nächsten Monaten das Skypark Business Center, das Europas größte Holzbau-Baustelle. Zu meinen Aufgaben neben der Kommunikation gehört auch die Dokumentation. Das ist für uns ein sehr wichtiger Punkt, denn die Dokumentation gibt nachher Auskunft darüber, dass wir hier unsere Arbeit ordnungsgemäß durchgeführt haben. Zur Dokumentation der Anzugsmomente verwenden wir einen modernen Drehmomentschrauber, der uns die Möglichkeit gibt, die Daten direkt während dem Einbau auszulesen. Wir können sehen, welches Drehmoment gerade an welcher Schraube angezogen wird und im Anschluss daran sind wir in der Lage, diese Daten auszulesen und zur Dokumentation eben an das entsprechende Kontrollbüro weiterzuleiten. Das für mich Besondere hier an der Baustelle ist die schiere Größe des Ganzen, die Menge an Holz, die wir verwenden, die vielen Kollegen, die hier tagtäglich ihre Arbeit verrichten. Was für mich ganz klar ist, dass hier nicht die Leistung Einzelner das Ganze rausreißen, sondern das eben nur im Team geht. Und am Ende des Tages eben zu sehen, was entstanden ist oder entsteht. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020